Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Freitag, der 13. mit Johnny Joke. Hallo und wir werden alle sterben. Und der Killer hat leuchtende Augen. Das ist gleich, also ich glaube, das ist der Killer, wofür man Level 33 braucht. Was dann so viel bedeutet, dass er das Spiel ziemlich lang gespielt hat. Ja, wahrscheinlich. Was wiederum heißt, dass unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir diesmal überleben, noch geringer ist. Yay! Wir werden sterben, juhu! Das ist... Wir hoffen darauf, dass wir fünf Minuten überleben. Ja. Das ist doch schon ein gutes Ziel. Das wäre schon mal ein Anfang. Ich habe, äh, Dings gefunden. Benzin! Ich habe, äh, einen Schraubenschlüssel. Kann ich damit weiterhelfen? Wahrscheinlich, ja. Du könntest damit Jason abwehren. Ich bin jetzt nicht so der beste Kämpfer. Und ich habe eine Karte. Oh, cool. So. Ich tanke jetzt. Den 2er oder den 4er? Äh, weiß ich gar nicht. Gibt es hier zwei? Oh, shit! Nein! Nein! Don't kill me, Jason! I'm a friend! Ist der schon bei dir! Okay, also betankt ist das Auto, das ist der 4-Sitzer. Okay. Und Jason sitzt bei mir. Jason steht am 2-Sitzer. Echt? Ich dachte, der wäre bei mir. Ich hatte hier gerade so dramatische... Der ist bei mir! Hä? Der stand gerade hinter mir! Was liegst du? Aber... Der hat er sich gerade nicht teleportiert, aber er war gerade noch am 2-Sitzer. Nein! Er ist bei mir! Der war aber am 2-Sitzer. Es tut mir leid, Gauri. Nein! Sei zuversichtlich, du wirst nicht überleben. Hilfe! Ich habe noch nicht einmal eine Waffe, ich kann mich gar nicht wehren. Ich habe nur Schraubenschlüsse, das heißt... Eine richtige Verteidigung habe ich jetzt auch. Boah, scheiße. Lebst du noch? Oh nein! 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 Ich bin tot! Aaaaah! Hohohohohoho! Ich bin... tot. Aber ich muss sagen, der Killer sieht echt cool aus. So wie er leuchtet. Das sieht echt gruselig aus. Ja. Ach, Mann. Also der 4-Sitzer ist betankt. Nein! Ja, da ist nichts. Oh... Thank you. Und auf der anderen Seite, ich sah Jason, jemanden. Wir brauchen nur die Batterie. Ich habe die Kiege neben dem Auto. Okay. Vielleicht haben sie eine Batterie. Do you know, woher die Batterie ist? Nein, wir wissen nicht. Es ist nicht da. Es ist nicht da, das ist für sicher. Wo? Wir brauchen nur die Batterie, denn wir haben die Kiege neben dem Auto. Guys, wir haben 5 Leute. Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Was machst du? Ah, ich kann sterben. Es ist ein Testwasher in einem der Osses. Es muss eine Batterie sein. Ja, das ist gut. Ich habe aus den Rechtslicht gedrückt. Aber wir sind nur noch so 5 Leute. Das heißt, einer von uns wird nur noch so sterben und... Ja. Das heißt, wenn ich mich anstrenge, finde ich vielleicht... Ja, du musst jetzt ganz schnell die Batterie finden und dann mit dem Auto abhauen. Ich muss ganz schnell die Fährung finden. Oh nein. Oh, wir sind eine große Gruppe. Oh shit. Everybody be careful, Jason's coming right now. Ja. Hä? Hat der eine nicht... Die Batterie? Weiß ich nicht. Ich mag den Charakter von... Deadpool. Ja. Der hat eine schöne Hose haben. Ja. Der Schuss ging daneben. Ja. Der Schuss ging daneben. Ja. Am besten hätte er dann noch sagen wir uns sowas wie... Ja. Ich f***ing shot him. Jetzt musst du kurz warten. Ja. 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 Der Pistol. Äh... Wo ist der Vierschützer? Oh mein Gott, ich würde höchstwahrscheinlich sterben. Nein, nicht sterben. Du kannst mit dem Auto fliehen. Jason ist am Auto, glaube ich. Oder? Nee. Ähm. Oh, jetzt ist Jason da. Okay. Gerade war er nicht da. Komm on, komm on, komm on. Ohhhhhhh. Fuck. Hä? Okay, haben die noch eine andere Batterie gefunden? Ähm. Ja, schade war's. Hä? Ich hab... Hä? Wo haben die ihren Führerschein gemacht? Aaaahhh. Erstmal gegen... Die... äh... Leute, was tut ihr? Warte. Gerade ist das so schön spannend aus dieser... Laternen Perspektive. Aaaahhh. Die andere Person sind, glaube ich, noch im Auto. Nee, doch nicht? Nee. Aaaahhh. Das wird nix. Es macht immer lustig, so aus dieser Laternen Perspektive. So als würdest du eine Überwachungskamera aufnehmen. Ja, ja. Oh, God! Da hat... Er ist sie erwischt. Ja. Bäm. Boah, wie weit der Kopf liegt. Das nennt man einen, äh, kräftigen... Recht... Das nennt man eine kräftige Rechtefahrt. Krass. Schade! Oh, das Auto war quasi wieder fertig. Ja. Mensch. Wir hätten sie uns mitgenommen. Echt schade. Ja, es... Es waren... Also, ich hätte hier einsteigen können. Ja. Hätte Jason mich nicht erwischt. Ja, das war Pech. Naja... Naja... Beim nächsten Mal haben wir mehr Glück, hoffentlich. Und, äh, ja. Ja. Okay. Bis dann! Ciao! Tschüss!